Wo fahren wir denn hin? In dem Zucke da, oder zumindest in den anderen Boys. Ihr müsst mal die Gleise lecken, ihr müsst euch mal beeilen, wir sind schon ganz schön weit weg. Wir müssen die Gleise lecken? Ja, ihr müsst die Gleise lecken. Was ist denn jetzt los? 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 Was ist eigentlich mit Fab los? Fab-Tout nach 20.000 Folgen geht ja eigentlich mal ein bisschen auf, Alter. Das sieht gar nicht gut aus. Wir haben gleich das Problem hier auf dem Kies. Ach Quatsch, auf dem Kiez, Alter. Auf dem Kiez hab ich nie Probleme gehabt, Alter. Nein, ich komm nicht mehr drauf! Fangen wir überhaupt richtig, Bergy? Hier ist Platz frei. Irgendwie weiß ich, ich kann auch nicht. Seid ihr noch? Ja, ich seh sie doch, wir sind richtig. Wir sind beim Zug. Nein, es ist kein Zug. Das ist aber sowas beim Zug leider. Was schießt denn du schon wieder, Bergy? Keine Cops, Mann. Keine Cops, Bergy. Weiß nicht, ob wir den noch kriegen, Taurus. Digga, we're on our way. I can put this auto. Can't believe that. Oh, I see the Zug. I see him too. Nochmal damit du es weißt, Taurus. Die Richtung. Boah, Alter, magst du das? Digga, I have a good number. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Hey buddy, was up? Was up, was up, was up, was up? Oh Gott, hi. Hey Leute, was geht? Wir müssen weiter vorne aussteigen, dann können wir auf den Zug, warte? Ja. Nice getroffen. The light, the light pastel. The light. Der Max, das kann ja nur gut gehen. Tiii, didi, didi, didi.... Tii, didi, 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 Tarros, kannst du mir kurz sagen, wieviel Geschwindigkeit wir haben und wieviel Zumba- Superzüni schon gezündet wurden? AAAAAAAHH! Wieviel Zumba wir schon gemacht haben. Wieviel, wieviel, wieviel... Wieviel Meilen haben wir schon pro Stunde, Max? Oh Gott, nein! Tarros, Fab, sagt mir was. 17! 17 Stunden. Das ist aber wenig. Na, okay. 17. Das dauert noch ein bisschen. Ne, jetzt sind wir bei 18. Ich bin kurz davor! Fuck, Leute. Es geht los! Zeichnung! Anion, Knox, läuft dahinten. Der Arme. Ich wurde von der Brücke weggefetzt. Oh Gott, Zeitsprung! Bitte 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 bitte. Oh ich hab's gerade noch so in den Zug geschafft. Hi, guck mal das Auto. Sag mal. Ich mach mal kurz ne Versicherung dran. Ja unbedingt, brauchen wir ganz dringend. Wir steigen jetzt auf, wir steigen jetzt auf. Hast du verstanden? Wie denn? Hast du verstanden? Wie? Wir steigen auf diesen Zug auf. Wo seid ihr denn da? Also, vorm Tunneleingang. Ich warte hier auf dich, ich empfange dich. Bereite mich in die Empfängnis vor. Ah, ich seh's. I see you. Okay, warte, ich komm down, ich komm down, alter. Wenn ich schnell genug fahre, fliegt der Mantel hoch, man sieht alles. Echt? Zeig mal so aus Recherchegründen. Oh Gott. Und direkt in die, in das Feuer der Polizisten, Alter, ihr seid doch echt undankbare. Faggots, ihr seid doch undankbare Faggots. Na, Max! Wo kommen wir denn da hin, ey? Da sind zwei Panzer auf der Map. Panzers? Max, bin direkt unter dir. Hol mich ab, Max, hol mich hier raus. Ja, raus, wenn er hier raus ist. Oh, der Ding. Ja, klar. Ich hole mich raus. Okay, es kann sein, dass die Karren gleich hochgeht, Alter. Das passt schon, Alter. Ich liebe es, wenn die Karren hochgehen. Ich hole dich raus. Ich hole dich raus. Wer ist das da vorne, wer ist das hier? Wer ist das unter uns? Ich weiß es nicht, aber schnapp ihn dir, Cowboy. Nein. Oh Gott. Das ist tausend. Oh, nice. Danke, Alter. Danke, Novaria. Mega geiles E-Baria. Digga-surprise, you motherfucker. Okay. Oh, Alter. Wer ist denn der Dude da vorne? Da kommt der Panzer schon wieder auf euch zu. Oh, Herr Bergmann, was bist du? Du bist ganz schön rot, Alter. Oh, der Panzer kommt, Bergmann. Der Panzer kommt. Von wo? Von hier, genau vor uns. Danke. Ich seh'n. Der kommt auf dich zu. Ich bin vor ihm auf dem Boden. Du Stück . Ich möchte jetzt nicht streiten mit nem Panzer haben. Das ist immer sehr, sehr anstrengend. Ja, normalerweise schon, ne? Aber Max hat nen Plan, oder wird? Nö, ich zieh' ihn grad, drück' einfach 3000 Raketen jetzt kurz rein, Alter. That's what I like, Alter. That's what I like. Max, das geht nicht gut, ich beschütz' dich. Ja, danke. Hast's geholfen? Legros Burgtum Necdoch hatte ich für mich. Legros. Legros. Aber er hat nicht nur so viel, ne? Legros. Kann einer von euch keinen Buzzard anfordern oder irgend so'n Scheiß? Ich empfange ihn. Ich empfange ihn. Ich empfange ihn. Jetzt können er zwei Panzer. Hey, hier ist Gay-Expression-Party. Jetzt kommt mal her, Leute. Wieso will er... Hä? Achso. Ach, Leute. Wisst ihr was? Leggo Mio, Alter. Genial. Das ist er gar nicht. Das ist... Wer ist denn... Wer ist denn er hier? Was ist hier los? Warum hauen die alle ab hier? Ah! 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 Der Panzer hat mich gleich! Ah! Oh Gott! Dieser Scheiß... Wie sind wir jetzt in so'n hartes Panzer-Gangbang-Sandwich hier reingerutscht? Ja, lass einfach wegfahren von da. Alles gut. Komm her. Warte. Schnell, schlag ein. Er ist so... Ich hab keinen Bock jetzt auf so'n Panzer-Geschichte. Weil das ist viel zu anstrengend. Äh, kaputt machen. Ja, das ist natürlich jetzt so'n Ego-Geschichte. Da kann ich ja schlecht jetzt irgendwie sagen. Danke! Kannst du aber gerne mal Danke sagen. Sie kommen auf uns zu, Max. Nice. Nice. Ich hab' mich beschützt, Alter. Du hast mich echt beschützt. Oh Gott, weg, 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 weg! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich hab' Angst, ich hab' Angst, ich hab' solche Angst. Aber wo sind die denn? Wo sind die denn? Oh Gott. In, in einem Panzer hindringen. Oh, der ist richtig nah, Alter. Der ist so richtig nah und dirty, ey. Ich kann nicht richtig riechen. Oh, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Oh Gott, da ist schon der nächste. Nice am Hut, Alter. Alter, da hab' ich nur wegfetzen sehen, Alter. Mega nice. Negrospurk, du mech da. Was? Da. Da. Also ich sag mal so, wenn wir jetzt alle unsere Raketenwerfer rausnehmen, aber wirklich alle, dann haben wir eine reelle Chance. Wir müssen als Team agieren. Ich hab' schon auf das Ding geschossen, aber man braucht halt mehrere. Ich hab' schon vier Schüsse getroffen auf die. Da ist der nächste. Warte mal. Ja, sind zwei. Einmal hab' ich ihn getroffen, aber jetzt ist er aus meiner Sicht... Mist, ich hab' mich selber gesprengt, nice. Kann man auch machen. Ja, weil da war... Taros, der kommt zurück. Ich bleib' ihn an! Komm' mal rein, Alter! Ahhhh! Wir werden mal nach Haus erleben. Wieso? Nice. Das war gar nicht der Panzer? Ich hab' dich gefreut. Ach, das war gar nicht der Panzer? Oder wie? Oh Gott. Das war eine ziemlich dumme Idee. stub dir die! Aussteigen! 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 Ahahaha! Ahahaha! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein' Gott! Ich geh in den App bei euch. Oh Gott! Wer hat mich ausradiert, Alter? Fep, kannst du... Hast du einen Panzer? Soll ich einen besorgen? Also wenn du einen hast, das wär natürlich nicht. Einer von uns hat schon einen Panzer. Ich zieh doch, schieß doch, schieß doch! Ja, why not? Die Nutten haben auch schon Angst hier. Also die Nutten haben auch Angst. Jetzt geht's zu weit. Hä? Hä? Bei mir sind grad richtig weirde Sachen passiert hier, Alter. Erscheinen ihm als Geist. Ja, ich bin dabei. Pergi, kannst du so einen Buzzard anfordern oder so? Ich hab keinen Buzzard, leider. Soll ich mal einen kaufen? Dauert aber ne Weile, bis ich mit dem Panzer da bin. Ja, das ist okay. Aber der Buzzard wird ja auch nur irgendwie... ...wo bestimmt hingeliefert, oder? Ja, mit dem Buzzard hast du nicht so viele Chancen gegen Panzer. Das Beste ist, außer Luft... ...mit, äh... ...mit einem Hydra. Ich glaub, ich kauf mir jetzt einfach meine Hydra. Vielleicht wird's einfach an der Zeit, meine Hydra zu kaufen. Oh Gott! Ja, guck mal hier, aber Öli hat nicht Unrecht. God-Mode-Tanks. Ich hab den ja jetzt auch noch zwei-, dreimal getroffen. Also irgendwie macht das wenig Sinn hier. Äh... Das könnte ein Hacker sein. Das könnten Hackers. Ich hab keine Lust auf Hackers. Ich auch nicht. Das hat sich ausgeackt. Ich hack den gleich mal ins Face, Alter. Ich hack die ins Face. Das ist eine geile Sau, ey. So, ich try jetzt noch mal eine Sache hier. Ich glaub, der geht voll in die Hose, Alter. Was mach ich denn für ne Scheiße, Berg, Mann? Der ist noch hinter uns. Der ist noch hinter uns. Was ist denn passiert? Was erwartet er jetzt von der Aktion? Wir werden jetzt natürlich noch diese Panzer ausführlich zerstören. Und dann, ähm... Hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ja, klar. Tschau. Du hättest schon dreitausendmal getroffen. Dann passiert nichts. Der ist wieder tot. Nice, danke.